moin moin hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge let's play pc building simulator wir sind noch immer dabei und bauen einen rechner der hier sehr schön festplatten haben war netzteil haben war kabellage machen wir alles mal im sexy rot so Ich habe da nämlich noch ein paar Lüfter, die ich installieren möchte. Um genau zu sein, drei. Ja, das ist ja so ein Durchzug, kann man sagen. Außerdem habe ich keine mehr. Sonst hätte ich da noch ein paar reingehauen. Jetzt hätte ich oben noch zwei reingesetzt. Außen bin ich schon zufrieden, dass die da so perfekt reinpassen, alle drei. Muss ich ja auch mal sagen. So. Ah. Ah. Okay. Schauen wir mal. Ähm. Staubfilter. Frontblende. Den Hintern. Strom. Ach verdammt. Ja, egal. Ja, sollte man immer einfach installieren. Dann hat man ihn immer. Nein. Ja. Ja. Dann. So. Okay. Ja, schön. Ja. 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 Ja, 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 ja. Und wir müssen hier noch den... Genau, den Benchmark ausprobieren. Und ich muss auch mal reingucken, ob ich da auch die SSD habe. Ja, okay. Super, super, super. Okay. Lass mal in Ruhe eben einmal laufen. Und dann schauen wir mal. Ah, vier Riesen, so viel kann ich auch nicht scheißen. So, da bin ich jetzt bei. Ist er jetzt unterwegs. Dota 2, Mindestanforderung. Dota 2, Mindestanforderung. Okay. Dota 2, Mindestanforderung. Okay, da brauchen wir im Grunde genau dasselbe wie da. Nur, dass ich dann Nvidia und Intel... Habe ich da nicht noch irgendwas? Prozessoren-Mese. Ähm, Grafikkarten-Mese. GTX. Ja, okay. Ähm, okay. Wie viele haben wir? 1.400 Euro. Ja, da kriegen wir doch mal was sexy hin hier. Ja, so. Ähm... Ja, müssen wir erstmal vernünftig hübschen hier machen. Äh, der ist ja auch irgendwie hässlich. Nehmen wir mal den. Hauptplatine. Äh, Prozessor. I5. Brauchen wir. LGA 1151. Äh... Äh... Okay. Und noch einen hübschen Kühler. Was gibt's denn hier? Ja, lass mal den nehmen. So. Wir haben... I5... 6.600. Videoram... Da müssen wir noch eine Grafikkarte da haben. Oder haben wir da genug gebrauchte? Nein, wir haben noch Grafikkarten da. Arbeitsspeicher. 4 GB. Bearbeit. Speicher. 5 GB. Der ist kaputt. wenn sie etwas bei pcb zur auktion steht sie haben jetzt etwas auf pcb zur auktion gestellt und müssen warten bis die aktionserklärung aufgelaufen jeden tag werden die angebote abgegeben und nach einer der auktion können sie ihr geld über pc bei app abrufen ok ist ja defekt auf pc aktuelle angebote nix ok verbleibende tage xyz ja wir können auch mal so einnehmen 2660 ok und und Untertitelung. BR 2018 Peace Platte Erstmal eine schöne süße SSD Und natürlich noch eine schöne süße Die kann ich eigentlich immer empfehlen HDD Okay Also wir haben, 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 haben nix Den finde ich eigentlich ganz gut Ist immer eine gute Wahl Nur ein paar hübsche Kabel kaufen Lüfter, ja Hunderte haben wir noch frei So Heute liefern Nee, liefern wir morgen Oh, ich bin jetzt im Minus Guck mal, 3816 Punkte Ist das nicht mal Sexy Aber egal Jetzt kommt ja auch wieder Geld rein So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der ist auf dem Weg, der wird morgen fertig gemacht Zwei Plätze habe ich auch Dann würde ich mal sagen War es das für die Folge, ich hoffe es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Euer Speed OneWeb Abonnieren, kommentieren, favorisieren Liken und teilen nicht vergessen Haut da rein, ciao Ciao